Mitte Februar reisen wir in die Ukraine. Wir ahnen noch nicht, dass wenige Tage später der Krieg ausbrechen wird. Unterwegs mit einem Deutschen, der hier als Freiwilliger kämpfte. Ist aus, ist aus, ist aus, ist aus. Aufstehen, ist aus. Scheiße, fuck. Angriff durch pro-russische Separatisten. Wir entkommen knapp. Tausend Kilometer durch die Ukraine, während Bomben fallen. 17. Februar. Wir reisen in die Ukraine, arbeiten an einem Film über deutsche Freiwillige, die schon einmal in den Krieg gezogen sind. Geplant sind Interviews mit Kämpfern, die sich freiwillig pro-russischen Separatisten angeschlossen hatten, und Männern wie Siegfried F. Der kämpft auf ukrainischer Seite. Doch nun hat Russland die Ukraine überfallen und es kommt alles ganz anders. Sieben Tage vor Kriegsausbruch fahren wir mit dem Nachzug von Kiew ganz in den Südosten der Ukraine, nach Mariupol. Dort kämpfte Siegfried F. zwischen 2015 und 2020 gegen die pro-russischen Separatisten im Donbass. Der Deutsche aus dem Ruhrpott war vorher Soldat bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr war ich ja schon sehr gut vorbereitet, ausgebildet. So was wie am Krieg teilnehmen, wo man verletzt oder gedötet werden kann, das war, das schien mir schon ein sehr vertretbares Risiko zu sein. Siegfried F. wurde in Kasachstan geboren, wuchs in Deutschland auf. Seine Eltern seien gestorben, erzählt uns der heute 43-Jährige. Als junger Mann spielte er an einem Jugendtheater, reiste nach Israel, wo er in einem Kibbutz einer ländlichen Kommune arbeitete. Nach einer abgebrochenen Ausbildung ging Siegfried F. zur Bundeswehr. Am Ende der Armeezeit brach offener Krieg in der Ukraine aus. Russland annektierte 2014 die Halbinsel Krim. In der Ostukraine erhoben sich pro-russische Separatisten gegen den ukrainischen Staat. Siegfried F. zieht als Freiwilliger in den Krieg, kämpft ab 2015 für die Ukraine. Nach über 16 Stunden erreichen wir Mariupol, die Stadt am Arsowschen Meer. Hier in dieser Gegend hat Siegfried F. gekämpft. Die Aufnahme in die ukrainischen Truppen? Offenbar ganz einfach. Ich habe gesehen, dass die Mörser-Soldaten haben. Irgendwann habe ich gefragt, ob die auch zusätzliche Mörser-Soldaten haben, brauchen, haben wollen. Und die haben gesagt, ja, du kannst dich zu uns gesehen. Und das ist dann auf diese unbürokratische Art und Weise passiert. Feuer! Hast du jemanden getötet? Ich gehe mal davon aus, ja. Und getötet habe ich nicht im direkten Kampf, sondern auf ziemlich sicherer Distanz mit einem schweren Gerät. In den kommenden Tagen will uns Siegfried F. seine einstigen Einsatzorte an der sogenannten Kontaktzone zeigen. Dort, wo sich ukrainische Kräfte und Separatisten gegenüberstehen. Zu diesem Zeitpunkt herrscht nicht nur hier angespannte Ruhe. Es ist der 18. Februar. Über Wochen hat Russland 150.000 Soldaten an die russisch-ukrainischen Grenzen verlegt. Noch weiß die Welt nicht, was der russische Präsident vorhat. Mehr als 20 Kilometer sind wir zu Fuß unterwegs. In dieser Gegend finden immer wieder Kämpfe statt. Trotzdem leben hier weiter Menschen. Der Mann hat heute Geburtstag. Er wünscht sich vor allem eines. Sagen Sie dem deutschen Volk, wir sind keine Kriegstreiber. Wir wollen gegen niemanden kämpfen. Wir sind friedliche Menschen. Wir wollen Frieden, Freundlichkeit. Damit ich zum Fischen ans Meer gehen kann. Ans Assosche Meer, wie ich immer dorthin ging. Und jetzt kann ich nicht. Es gibt Orte, an denen ich gefischt habe. Jetzt ist dort die Front. Dass hier immer wieder heftig gekämpft wurde, ist offensichtlich. Das ist eine richtige Panzersperre, die nach allen Regeln der Kriegskunst gebaut worden. Man hat hier diese riesigen Betonpfeiler, die den Weg versperren. Und damit die Panzer als Kettenfahrzeuge das Ganze nicht einfach umfahren können, hat man hier bitte schön einen Panzergraben gebaut. Da bleibt jeder Panzer stecken. Zwei Kilometer weiter, der letzte Kontrollpunkt. Wir befinden uns jetzt gerade an einer Stelle zwischen der Kampfzone und dem rückwärtigen Gebiet. Das ist eine Blockpost, die dürfen wir jetzt nicht aufnehmen, dürfen wir nicht filmen. Aber wir sind jetzt hier in der Kampfzone? Das ist definitiv die Kampfzone. Dieser Blockpost ist schon mehrfach beschossen worden mit schweren Geschützen. Zum Glück, damals ist nicht mehr zu Schaden gekommen. Und ja, es erfüllt seine Funktion nicht mehr. Da ist ein Kommandeur angekommen. Ich kann mir mal kurz vorstellen. Filmen dürfen wir den Kommandeur nicht. Noch ist es still. Noch hören wir keinen Kriegslärm. Es ist der 19. Februar 2022. In München tagt die Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Präsident Zelensky klagt, er fühle sich vom Westen im Stich gelassen. Die US-Vizepräsidentin warnt. Es gibt ein Drehbuch für russische Invasionen, das wir nur zu gut kennen. Russland wird Unwissenheit und Unschuld vortäuschen und dann unter einem Vorwand einmarschieren. Tatsächlich zeigen Nachrichtenbilder. Pro-russische Separatisten greifen immer häufiger ukrainische Stellungen an. Zwei Soldaten sterben innerhalb von 48 Stunden, heißt es. Wir sind auf dem Weg zum Dorf Pavlopil. Noch überwachen OSZE-Beobachter die vereinbarte Waffenruhe, die vor Jahren im Minsker Abkommen beschlossen wurde. Als ukrainischer Soldat war Siegfried F. auch in dieser Gegend im Einsatz. Ja, wir sind schon ungefähr zwei Kilometer Lüftlinie von der Kampflinie entfernt. Wir laufen kilometerweit zu seiner alten Stellung, mitten durch die Kampfzone. Dann endet der Weg. Ein ukrainischer Soldat auf Wache. Dann nur noch Minenfelder. Und dahinter die pro-russischen Separatisten. Kannst du dir vorstellen, wieder an die Front zu gehen hier? Stellungskrieg, davon hatte ich mehr als genug genossen, möchte ich nicht nochmal erleben. Also ich bin eher der Verfechter der schnellen Bewegungskrieges und das hier ist eher nicht so für mich. Auf dem Rückweg stoßen wir mehrfach auf ukrainische Soldaten. Ein Militär-Jeep hält. Die Bewaffneten mahnen, wir seien nicht sicher, es könne zum Beschuss kommen. Wir fahren mit den Soldaten zurück nach Pavlopil. 20. Februar 2022. Ein Manöver der russischen Armee im Nachbarland Belarus. Die russischen Streitkräfte werden sich nicht zurückziehen. Der Kreml begründet das mit den wachsenden Spannungen zwischen der Ukraine und den pro-russischen Separatisten. Siegfried F. will uns zeigen, wo er für die ukrainische Armee kämpfte. Die Stille trügerisch. Hier kann es jederzeit zu einem Feuerbefall kommen, zu Beschuss. Das heißt, sobald ihn sowas einsetzt, einfach Deckung suchen und eventuell in ein Hausrennen oder bald Keller oder sowas. Das kann dann alles komplett unvermutet und unerwartet einsetzen. Wir finden seine einstige Stellung. Das war meine Stellung. Unser Mörser stand drüben. Dann bei einem der Beschüsse ist hier eine Granat runtergekommen. Man sieht die Splitter in der Wand. Und eine Granate ist genau hier eingeschlagen. Ist aus, ist aus, ist aus, ist aus. Aufstehen, ins Haus. Sollten wir in den Keller gehen vielleicht? Will ich weitermachen, ja. Merkst du nochmal den Akkubüller? Gibt es noch einen anderen Weg? Nein. Ich würde ja eher... Ist was? Runter, runter. Scheiße, fuck. Scheiße, das kotzt mich. Der Beschuss kommt aus Richtung der Separatisten. Und die Einschläge kommen immer näher. Das ist jetzt ein bisschen Ruhe. Wir müssen den Moment ausnutzen, bevor das Geld sich aushartet. Und das kann ausharten. Mit Glück können wir uns in Sicherheit bringen. Am 21. Februar stellt Russlands Präsident Putin die Weichen auf Krieg. Er erkennt die von den pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete Luhansk und Donetsk als unabhängige Staaten an. Und begründet das mit den angeblichen Russenhass und extremen Nationalismus in der Ukraine. Ein ganzes Land wird unter Nazi-Verdacht gestellt, damit Putin einen Krieg beginnen kann. Richtig ist, 2014, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, kämpften auch Rechtsextreme aus ganz Europa als Freiwillige auf der ukrainischen Seite. Zum Beispiel im Regiment Assov. Die Ideologie einer Minderheit, nationalistisch, völkisch. Das Emblem bei Assov, die Wolfsangel. Ein Nazi-Symbol aus NS-Zeiten. Ende 2014 wurde Assov vom ukrainischen Innenminister in die Nationalgarde aufgenommen. Ein dauerhaftes Problem für Kiew und seine Verbündeten im Westen. Und ein Geschenk an Putins Propaganda. Auch Siegfried F. hat im Regiment Assov etwa ein Jahr lang gekämpft. Wir fragen ihn, warum. War das eine Motivation für dich, zum Assov-Bataillon zu gehen, weil die als Faschistoid und völkisch gelten? Ich hatte mich zu der Zeit bei mehreren Freiwilligen-Bataillonen quasi beworben. Meistens lief das damals sehr unbürokratisch ab. Man rief an, man hat sich vorgestellt. Dann wurde eben gesagt, ja, nein, komm mal vorbei, stell dich vor. Als Assov-Bataillon wird dir vorgeworfen, dass die sich sozusagen orientieren an einer faschistischen Tradition? So richtige Faschisten gibt es da einzelne Personen. Und wenn es dann darum geht, dass, wenn etwas Negatives über das Assov-Bataillon oder das Assov-Regiment jetzt berichtet wird, dann zuckt man die Schulter und sagt, ja, wir sind eher schon Faschisten für alle. Und das war's dann. Mehr Distanzierung kommt von Siegfried F. nicht. Fest steht, nach rund einem Jahr verließ der Deutsche 2017 das Regiment Assov und wechselte in die regulären ukrainischen Streitkräfte. Wo er bis Januar 2020 blieb. Bis heute gilt Assov als eine rechtsextreme nationalistische Miliz. Doch fest steht auch, bei den Parlamentswahlen 2019 erhielten die Rechtsextremen in der Ukraine gerade mal zwei Prozent der Stimmen. Dazu kommt, der Kreml unter Putin unterstützte in ganz Europa die extreme Rechte. Frontal hat über diese Verbindungen immer wieder berichtet. Zum Beispiel über Putins langjährigen Berater Dugin und seine Vorliebe für die AfD. In Deutschland wird die AfD an die Macht kommen. Sie ist die künftige Regierungspartei. Deshalb ist sie interessant für mich und andere pragmatische Denker. Wir wollen Beziehungen zu denen aufbauen, die zweifellos an die Macht kommen. Der Westen ist der Untergang Europas. Ich verachte das liberale, bourgeoisie Europa, dieses entartete, politikkorrekte Pseudo-Europa. Wir reisen zurück nach Kiew. 16 Stunden dauert unsere Fahrt. Der Morgen des 22. Februar. Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt. Wir wollen wissen, ob Siegfried F. wieder als Freiwilliger kämpfen will. Die Antwort ausweichend. Wenn die Russen da jetzt einmarschieren, ist nur erst einmal das Geheimnis gelüftet. Dann sind die Karten offen auf dem Tisch. Was die Russen danach machen, ist natürlich die große Frage. Kurz darauf trennen sich unsere Wege. Siegfried F. hat ein Ticket für einen Flug nach Prag, will von dort nach Deutschland reisen. Wir drehen allein weiter. Beisetzung eines ukrainischen Soldaten, der laut offiziellen Angaben durch einen Granatbeschuss der Separatisten getötet wurde. Nach der Trauerfeier äußert sich der ukrainische Verteidigungsminister. Ist das der Anfang der Invasion? Invasion, ja. Denken Sie, dass Sanktionen verhängt werden sollen? Ja, sicher. Es sind die letzten Bilder, die wir in Kiew drehen. Am Abend reisen wir zurück in die Ostukraine. Wir beobachten Militärtransporte der ukrainischen Armee. Ihr Ziel uns unbekannt. 23. Februar 2022. Am Vormittag erreichen wir den Ort Kostjantjenivka. 23 Kilometer entfernt von der Front. Kurz vor Mittag eine überraschende Nachricht. Siegfried F. meldet sich aus Kiew. Er habe seinen Rückflug verpasst, erzählt er uns. Er sendet ein Video vom Blutspenden. 11.30 Uhr. Er schreibt, es ist gerade eben der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Später, 17.27 Uhr. Zwei von meinen Kumpels, die Reservisten waren, sind schon in Marsch gesetzt worden. Am Abend erreichen uns alarmierende Nachrichten. Die prorussischen Separatisten haben Putin um militärischen Beistand gebeten. Noch hoffen wir, dass uns ein Drehtag bleibt. Wir ahnen, die Zeit wird knapp. Gegen 5 Uhr Ortszeit. Der russische Überfall auf die Ukraine beginnt. Siegfried F. schickt eine Nachricht. Ich habe soeben Explosionen in Kiew gehört. In der Ukraine wird das Kriegsrecht verhängt. Wir sind noch immer in der Ostukraine, wenige Kilometer vom russischen Aufmarschgebiet entfernt. Auch wir hören die Donationen und brechen sofort auf. Das Geld wird knapp. Gerhard, hier kommt kein Geld raus. Die Bankautomaten funktionieren nicht. Vor den Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Vor uns liegen rund 1000 Kilometer bis zur polnischen Grenze. Im ganzen Land werden Ziele angegriffen. Jeder, der eine Waffe halten kann, soll sich bei den Streitkräften einfinden. Wir haben das Verfahren vereinfacht. Jedem Patrioten, der seinen Pass vorzeigt, wird ein Gewehr ausgehändigt. Gegen Mittag telefonieren wir noch einmal mit Siegfried F. Der hat sich entschieden und will wieder für die Ukraine kämpfen, erzählt er uns. Wir fliehen mit dem Taxi vor dem Krieg. Einfach wird das nicht. Es bilden sich kilometerlange Staus Richtung Westen. Alle wollen sich in Sicherheit bringen. Es herrscht Chaos. Eine Frau mit mehreren Kindern im Auto ist auf unser Taxi geknallt. Währenddessen rasen Militärfahrzeuge mit Waffenteilen am Stau vorbei. In Kiew beginnt der Tag mit Sirenengeheul. Bilder aus dem ganzen Land zeigen, dass niemand mehr sicher ist. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert Putin auf, die Kämpfe zu beenden und zu verhandeln. Die ukrainische Regierung hat die Generalmobilmachung ausgerufen. Männer zwischen 18 und 60 dürfen nicht mehr ausreisen. Die Zivilbevölkerung sucht Schutz in U-Bahnhöfen. Siegfried F. meldet sich noch einmal aus Kiew. Ich bin in Ordnung, alles bereitet sich auf weitere Kampfhandlungen vor. Insgesamt zwei Tage sind wir unterwegs. Die ukrainisch-polnische Grenze. Tausende sind hier gestrandet, auf ihrer Flucht vor Krieg und Tod. Mitten in der Nacht überqueren wir die Grenze. Wir sind in Sicherheit. Millionen Menschen in der Ukraine müssen fürchten, alles zu verlieren. Wir werden weiter über den Krieg in der Ukraine berichten. Abonniert unseren Kanal. Wir werden weiter über den Krieg in der Ukraine berichten.